In Berlin ist ein Fahrzeug Medienberichten zufolge in eine Gruppe von Passanten gefahren. Nach Angaben der Polizei kam dabei eine Person ums Leben, mehrere sollen verletzt worden sein. Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Charlottenburg in der Nähe des Kurfürstendamm. Medienberichten zufolge wurde der Fahrer festgenommen. Zunächst war unklar, ob es sich um eine vorsätzliche Tat oder um einen Unfall handelte. Hallo?